Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 wenn man nicht daneben trifft die frage ist komme ich da irgendwie hin ich könnte ihn ansporten das werben jetzt ziemlich dumme idee gehe ich lieber hier in deckung wow 494 prozent okay daneben die frage ist jetzt lief was kannst du ausrichten du könntest die schredder rakete hinschicken weiß nicht ob du so beide triffst versuchen wir es nein nur ein jedes mal wenn man sie trifft mit diesem scheiß einschüchtern ok bin haben wir noch slim slim sieht hier absolut niemanden das heißt er muss ein bisschen nach vorne 52 prozent besser als nichts gibt sie um gelasert sehr schön jetzt müssen wir gucken dass wir die irgendwie schön der zieht sich komplett zurück dafür geht der andere aber ziemlich arg nach vorne pass auf okay die schlangen menschen machen wir gerade weniger sorgen aber sie machen mir sorgen okay das kommt richtig nach vorne wenn der andere auch noch daneben geht kann ich einfach den tankwagen sprengen ok das ist gar nicht so schlecht jetzt das ist gar nicht so schlecht ich kann mit einer rakete kann ich den einen auf jeden fall weg können müssen so slim du kannst den mutter umratzen gibt es ihm sehr schön sehr schön so du bist in panik wenn hat geschossen die zwei werden ihr blaues wunder leben kriege ich es irgendwie hin dass ich alle erwisch sind blöd nicht zu sehen wenn du genau trifft mit der rakete kann das nur einigermaßen erahnen also ich denke alle werde ich jetzt nicht erwischen obwohl das nächste was ich hinkrieg gibt ihm warum ist das auto explodiert das ding ist oder durch geflogen das heißt dann wieder ein paar stunden auf der krankenstation für kilipe warum auch nicht okay gut ist mein bester soldat was das betrifft nachgeladen okay du redet ziehst dich erstmal zurück melde ich mal kurz bei slim da sollte ich wieder auf vordermann bringen ich will dich jetzt ungern verlieren genau hör mit dem jammer auf nur weil du ein rekrut bist halber gut gut ich lasse ich am besten obwohl ich weiß dass der typ da hinten was das heißt ich könnte gut gar nicht locker hierhin platzieren dicht sich auch mal weiter nach vorne und liegt sich auch mal weiter nach vorne kilipe kann mal feuerschutz gehen genauso wie hier bin ich mal gespannt naja da hinten ist der mutter das weiß ich das gefällt mir nicht ich würde den muttern gern mit einer gezielten rakete aus aus der deckung raus bringen aber erstmal sollten wir das rating game spielen nachladen ne da brauchst du nicht noch mal was andere du kannst feldposten gut go feldposten ist mir grad sicherer und du red auch feldposten gelast sie kommen da ist er wieder big mama böse aber okay wir können den unten halten das machen wir auch ansonsten verdammt slim sieht es nicht aber wir können die beiden ein bisschen deckung geben das sollte zumindest dem nachhelfen er hat gut go out manövriert natürlich natürlich die mutter sind gar nicht so dumm jimmy all das auf dem feld kommt das daneben ist egal hauptsache das zielen das gut go in ich sieht ist ärgerlich aber jetzt kann er wenigstens mal nachladen ich könnte voll den rambo buch machen und ich glaube das mache ich auch wir holen irgendwann mal ein anderes exemplar mein name ist kilipe und du bist tot ok das sind noch welche da sind noch welche wir brauchen das gewehr einfach von den fischer weil die haben halt harte gewehre dann wäre es gleich wesentlich effektiver ich würde gut gern irgendwie auf höheren positionen bringen aber wo sind sie da außen ok wir wissen wo sie sind das heißt wir könnten stürmen zumindest so weit dass wir sind wir brauchen dich auf jeden fall gott kannst du weit rennen das ist unglaublich kilipe an die türe wollen sie durch die türe kommen einfach um natzen wir wissen dass sie hinter dem lkw sind ok kilipe türe auf schlangen menschen oh ok ok ah kein dick da gucken dass ich einen guten schuss hin krieg kommt gerade eben hat es auch funktioniert die kamera kannst du bitte mich freizielen lassen danke einigermaßen das dürfte eigentlich reichen sehr schön so gut sieht nichts kilipe sieht den da hinten ich weiß aber nicht wie viele dann noch sind was siehst du nichts ok kilipe erstmal vorsichtig ran noch einer am leben ok dann frank hier indirekt der hat keine chance sehr schön gute arbeit niemand ist gestorben das ist noch besser mbp hier ganz eindeutig vorstürmen abfang jäger ich glaube nicht dass das so gut klappt aber oh mein gott was war das was war das oh mein gott wir haben kein geld was mit den flugzeugen ist so ein bullshit vor allem weil die sachen halt ja plasma kanone haben wir eine glaube ich bekommen von denen aber wir können sie nicht erforschen das ist für die schiffe dann können wir sie mit energie aber wenn sie mit einem schuss sterben was soll ich da machen die neuen techniker sind heute morgen eingetroffen wir sind über wir haben einen satelliten verloren wir können über dieser nation keine rufen kontakt mehr verfolgen als reaktion hat sie uns die finanzielle unterstützung entzogen kommande unser kampfschät wurde abgeschossen der kontakt ist abgebrochen natürlich wurde der kampfschät wurde abgeschossen und jetzt müssen wir irgendeinen noob rausschicken oh gott naja hey du darfst den pulsbogen benutzen ich hoffe du freust dich und du kriegst ein leichtes plasma gewehr unterstützungssoldat okay du kriegst auch von mir außen um besser zu überleben was ich muss gut die bessere ausrüstung geben weil wenn er stirbt ist wesentlich schlimmer leider nichts für ungut okay bis zum nächsten mal bei XCOM 1 enemy unknown und das spiel ist tausendmal härter als das andere bye bye